Borussia Mönchengladbach setzt seine intensiven Bemühungen fort, den Kader für die kommende Saison zu stärken. Ein alter Bekannter könnte dabei eine zentrale Rolle spielen. Fabian Rieder. Der talentierte Mittelfeldspieler war bereits letzten Sommer ein heißes Thema bei den Fohlen. Doch damals scheiterte der Transfer an den hohen Ablöseforderungen. Jetzt könnte ein neuer Versuch gestartet werden. Laut dem renommierten Journalisten Sascha Tavoliri hat Gladbach erneut ein Auge auf den 22-jährigen Rieder geworfen. Die aktuellen Pläne sehen eine mögliche Laie mit einer späteren Kaufoption vor. Rieder steht derzeit bis 2027 beim französischen Erstligisten Stade Rennes unter Vertrag und hat in der vergangenen Saison 15 Spiele in der Liga 1 absolviert, dabei einen Treffer erzielt und mehrere Wochen wegen eines Mittelfußbruchs pausieren müssen. Im letzten Sommer war Rieder für Gladbach schlichtweg zu teuer. Es ist klar, dass der Spieler gut und interessant ist, dass wir ihn beobachtet haben. Aber Fabian ist derzeit keine Option für uns eh, erklärte der sportliche Leiter von Gladbach, Roland Wirkus, im Juli letzten Jahres gegenüber dem Kicker. Er machte deutlich, dass die finanziellen Hürden zu groß seien. Fabian ist ein guter Spieler. Aber er kostet mehr als 10 Millionen Euro. Das ist ein Brett, das wir nicht stemmen können. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. Die Möglichkeit einer Laie könnte die finanzielle Last reduzieren und Gladbach erlauben, den talentierten Mittelfeldspieler in ihr Team zu integrieren. Dies wäre eine kluge Strategie, um den Kader zu verstärken, ohne sofort eine hohe Ablösesumme aufbringen zu müssen. Rieder ist ein vielseitiger Spieler, der sowohl im offensiven als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Seine Flexibilität und Spielintelligenz machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für jede Mannschaft. In der letzten Saison zeigte er trotz seiner Verletzungspause beeindruckende Leistungen und bewies, dass er auf höchstem Niveau mithalten kann. Für Gladbach könnte Rieder der kreative Funke im Mittelfeld sein, den sie brauchen. Seine Fähigkeit, sowohl Tore zu erzielen als auch Chancen für seine Mitspieler zu kreieren, könnte das Team auf ein neues Level heben. Besonders in einer Zeit, in der Gladbach nach neuen Impulsen sucht, könnte Rieder der Schlüsselspieler sein, um die Mannschaft wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Die Frage, ob dieser Transfer tatsächlich zustande kommt, bleibt spannend. Klar ist, dass Gladbach und Rieder perfekt zusammenpassen könnten. Die Fohlen brauchen frischen Wind und Kreativität im Mittelfeld, während Rieder die Chance bekommt, in einer der Top-Ligen Europas zu glänzen. Doch wird Renn bereit sein, Rieder zu verleihen? Und wird Gladbach die finanziellen Mittel aufbringen können, um die Kaufoption später zu ziehen? Diese Fragen werden in den kommenden Wochen und Monaten beantwortet werden. Was haltet ihr von einem möglichen Transfer von Fabian Rieder zu Borussia Mönchengladbach? Glaubt ihr, dass er das fehlende Puzzlestück für die Fohlen sein könnte? Oder seht ihr andere Baustellen, die zuerst angegangen werden sollten? Teilt eure Gedanken und Meinungen in den Kommentaren unten mit. Wir sind gespannt auf eure Sichtweisen.